Hallo und herzlich willkommen heute zur Ausgabe mit dem VK 4503 von LuckyKid20 eingeschickt, danke an dieser Stelle. Und ja, es ist ein 8er, 7er, 6er Gefecht, also eigentlich genau da, wo er sich wohl fühlt, auf der Karte Pilsen. Und ich selber habe ihn mir auch direkt gegönnt, weil ich muss wirklich sagen, und das ist jetzt kein Schmuh, aber ich finde den Panzer wirklich gut. Und für alle Tiger-Fans unter euch, holt ihn euch, dann habt ihr nämlich bestimmt ein sehr spaßiges Gerät. Er wird ja auch schon in Fachkreisen Tiger 3 genannt, also von dem her, glaube ich, weiß der Mann, was da los ist. Was ich jetzt schon mal sehr spannend finde, dass LuckyKid nicht wie typisch hier rüberfährt, das hätte ich jetzt direkt erwartet, also hier passiert immer am meisten. Ich glaube, das ist das allererste Replay, dass ich kommentiere, wo einer hier auf die 8er, 9er Linie fährt. Also bin ich gespannt, was er da jetzt reißen wird und auch mal schön zu sehen, wie es hier drüben überhaupt so ausschaut. Da sind Häuser, Hügel, also von dem her eben nicht nur hier drüben, sondern auch hier so ein kleines freies Feld. Also vielleicht wäre unter die Spieler gesagt, die sonst hier draußen auch nicht sind, so schaut es hier in der Tat aus. Und man sieht, warum hier draußen zumindest eher die Heavys weniger anzutreffen sind. Hier sind die Mediums stark am Werk, der CDC oder auch die leichten. Aber da von vorne kommt schon deutlich ungemacht, also da wird er gleich seinen Spaß haben. So, da hat er leider den nur gekettet. So, der Type, der ist da leider in einem Winkel, der nicht für ihn gut hitbar ist, aber der CDC, den trifft man sehr gut. Und hier zwei VKs am Werk. Also die haben jetzt definitiv ihren Spaß. Da ist der Type, der ist schön seitlich, den kann er ideal beschießen. Und man kann sehen, mit einer guten Gun Depression kann man hier ordentlich arbeiten. Und der CDC, der steht jetzt da natürlich ideal mit der kaputten Kette. Und auch der Type bekommt da nochmal einen Treffer. Also er kann hier phänomenal wirken. Und hier aus der Hüfte heraus den CDC. Ja, der ist jetzt weg. Das war natürlich nicht gut von ihm gemacht, da so rauszufahren. Und jetzt achtet mal bitte drauf, was da an Gegner vor den beiden steht und was die beiden hier alleine aufhalten. Das ist ja Wahnsinn. Das ganze Team von ihm ist auf der linken Seite. Das ganze Gegnerteam ist gefühlt hier auf der rechten Seite. Und hier diese zwei VKs. Er mit seinem Just Zutzu. Machen hier die Linie klar. Sprechen sich hier schön ab. Hat man gut an dem Fokus auf den Bulldog gesehen. Jetzt kriegt der Type da nochmal eine Schelle. Also übrigens, wer noch mehr genaue Daten zu dem Panzer sehen will. Ich habe ja über den eine Preview gemacht. Die könnt ihr auch auf YouTube gerne angucken. So, und da nochmal ein Treffer auf den Type. Der hat jetzt kaum mehr Hitpoints. So, jetzt haben sie sich lang genug aufgehalten. Also jetzt dürften dann gleich die Mates aus seinem Team da rüberkommen. So, und jetzt hat er den Type endlich weg. Der nächste ist dann der AMX. Genau. Da hat er einfach den schnelleren Reload gehabt in dem Augenblick. Da der Carnarvon, aber man darf nicht vergessen, wir haben hier einen Tier-7-Panzer. Der es aber wirklich ohne Probleme mit Tier-8 aufnimmt. Ohne Probleme ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber er macht es sehr, sehr gut. Dann gegnerischer VK. Er kriegt jetzt auch den Panther, wie gesagt, leider wieder ein kleines Replay-Lag. Das ist zurzeit einfach so. Ich hoffe, das wird bald erhoben. Jetzt nimmt er den Panther raus. Und jetzt nur nicht rammen, nur nicht rammen. Okay, sehr schön gerammt. Keiler Kill. Wahnsinn. Der war super, dass er weiß, okay, den kleinen kann er rammen, weil der ist einfach deutlich leichter. Und dann nehme ich den anderen raus. Super cool. Schade, dass er keinen Krieger für die Runde bekommen hat. Aber 4.100 Schaden, 1.250 geblockt. Und das in 4 Minuten 33. Sensationelle Runde. Und besonders der Abschluss war super nice. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Euer Alcaramba. Ja. Vielen Dank.